Es gab einen Mord. Ich will, dass Sie sie einarbeiten. Ich mag gute Kriminalstücken. Ja, danke. Ist es wahr, dass seine Zunge rausgerissen wurde? Natürlich nicht. Es war ekelhaft. Danke, Constable. Entschuldigung, Sir. Wir sind nicht länger nur Verdächtige. Wir sind auch potenzielle Opfer. Vielleicht stecken Sie alle unter einer Decke, Sir. Polizei, bleiben Sie zurück! Es gibt einen Schlüssel! Unter der Matte.